Okay, ein bisschen was ich zurückgebracht habe von unserer Reise nach Santa Monica. Ich kann mich selbst rausbringen. Guck, dann geht es hier weiter. Und da. Ja, ja, ja. Achso, du legst ja schon wieder. Schau rund, Junge. Nichts, oder? Was war das? Da kommen wir ja wahrscheinlich nicht weiter. Also, hier links. Achso, ne, hier fahren wir. Von hier kommen wir ja. Wir sind hier links. Wir sind hier so nach dem Weg aus. Wo man längst gehen kann. Hier sind wir jetzt schon wieder beim Baum. Okay. Der Baum ist ein bisschen unheimlich. Da ist das Auto. Was ist, wenn wir hier jetzt nochmal das Video abspielen? Können wir das hier nochmal machen? Video ansehen. Okay. 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 Was? Okay. 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 In the middle of the forest? Alice, are you serious? Yeah, those tapes, they make things appear, but... There's no time landing. We have to find the kid. He's in serious danger. Alice, even if that's true, I can't let you go alone. We don't have much choice. Look, I won't do anything stupid. I'm just gonna find him and wait for you to catch up. Over and out. Yo, Alice, wait! Goddammit! There it is. Come here, boy! Come on, boy. Peter's in danger and we're the only ones, who can help him. Wer weiß... Hey, boy, go... Oh, wer das ist. Ja, dann such mal. Oh, das ist so creepy gerade hier alles. You sure this is the right way, buddy? Are we walking in circles, Bullitt? Huh? So, dann links auch diese Geräusche hier rundherum, überall. Bullitt! Where are you, buddy? Da. Heel! Come on, boy. Don't make me chase you. Bullitt! Where are you? Bullitt! Oh, way. Taza. Wer ist da? Hachi, was the hell? Oh, fett. Verdammt. Was ist das denn? Achte auf Bullets verhalten. Sein Heulen warnt sich vor Gefahren, die in der Dunkelheit lauern. Bleibt während eines Kampfes immer in seiner Nähe. Er hilft dir, Gegner zu bekämpfen. Doch allein ist er verwundbar. Ah, ja, 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 ja. Huuu, hab ich mich erschrocken. So, jetzt noch weiter hier. Eine blaue Kassette. Da vorne ist Feuer. Oh, was ist das? Was sind das für creepy Viecher, alter? Boah. Oh, ja, 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 ja. Aber ich weiß, was das ist. Hm. Hm? W-What is it, boy? Was ist denn der? Boah. Äh. Das kann man wieder nicht ansehen. Ich will... Das. Let's see. Oh, this tree. Seems familiar somehow. villains. So. Ich will da runter, ja. Bullet. Was? 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 Oh, hell. Baby, we could... Goddammit! We were so close. Base to Ellis, I repeat. Base to Ellis. Base to Ellis, baby. Go ahead. There's this weird white train over here. Do you know which one I'm talking about? Yeah, I saw it on my way here. I could get there in a few minutes. Just stay where you are, okay? Alright, I'll be here. Well, it's not like we have much choice. Let's go back, bullet. If I find the way back again, healthy and safe? I'll be here. Where are you going? I'll be here. Ich glaube, wir müssen aber in die Richtung zurück. Glaub ich. Oh Mann, ich bin so ein Schisser. Da geht's nicht zurück. Wo bin ich denn gekommen? Aber ich bin doch von hier gekommen. Was ist denn hier los? Das kann doch nicht sein. Aber, aber, aber. Ich bin doch von hier gekommen. Da hatte ich dann doch noch den Kampf und... Ah, hier wahrscheinlich längs. Das sieht gut aus. Ne, auch nicht. Bis hierhin war ja noch alles gut. Jetzt verlaufe ich mich hier noch. Wo ist mein Hund? Da. Da. Ja. Hallo Hund. Da ist das Auto. Dann ist da die Richtung, musst du dann der Baum sein. Hier. Glaub ich, ja, da ist der Baum. Wo sind die? Hier ist keiner. Ja. Ellis, die Base. Uh, Lanning, wo sind Sie? Still unter dem Baum. Was? So am ich. Was? Are we talking about the same tree? White, leafless, uh, black vines all over? Ja, das ist der Baum. Oh, das macht nicht Sinn. All of this. Das ist einfach schrecklich. Gott, Mann, Ellis. Es war ein Fehler, dass du hier kommen kannst. Du willst dich retten, dich selbst. Ich verstehe. Und ich wollte dir helfen, aber das ist zu viel für dich. Du bist nicht richtig denken. Hey, nicht mit mir zu sprechen, wie ich schuldige. Was willst du mir sagen, Ellis? Und ich weiß, dass es alles gut ist und schuldige. Weil ich sicher als hell versucht habe, das. Und es funktioniert nicht. Ich verstehe dich, Emmett. Ich brauche dir deine Hilfe. Es ist du, der mich braucht. Ich bin der einzige Person in dieser Forrest, der auch immer remote nahe zu finden, der das Kind. Emmett? Du bist da? Emmett? Gott, Mann. Was ist das? Was ist das? Was war noch? Ich kriege nur ein SMS, ich dachte, ich habe hier keinen Empfang. Es ist immer besser, sich zu bewegen, als die Leute, die sich nicht bewegen haben. Eine 99% höhere Stellberatte, fange lieber an zu gehen. Was ist das denn? So. Wo muss er jetzt hin? Was machen wir jetzt hier? Müssen wir hier hin? Müssen wir irgendwie da unten rein. Wir müssen hier rein. Wir müssen hier rein. Ich will da rein. Das ist bestimmt der einzige sichere Schutzraum oder so. Ich höre schon wieder diese gruseligen Viecher hier. Oh man. Aber wo finden wir jetzt den Jungen? Das ist jetzt auch nochmal die Frage, wie geht es jetzt weiter? Das stimmt. Komm mal, Emmett. Ich weiß, dass du da bist. Ich habe gerade dein Auto gefunden. Es war ein ganzes Wachstum. Das stimmt. Komm mal, Emmett. Ich weiß, dass du da bist. Ich habe gerade dein Auto gefunden. Komm mal, Emmett, sprach mit mir. Ah, fuck The light Ah, the light? Turn on the lights What? The headlights, turn them on Why? Who is this? Hello? Yeah, why the hell not Oh, toll Abgeschlossen Sollte es dann anschalten, wenn es dann noch nicht Was hast du denn da? Ah Natürlich Ja, nun mach schon Wenn jemand zu dir sagt, mach das Fernlicht an, dann mach das Fernlicht an Ah, keine Batterie Ich sollte einen Blick unter dem Hütten Haben wir hier Äh, Sicherungsabteilung befindet sich unterhalb des Lenkrads Um ein potenzielles Problem zu identifizieren, prüfen Sie bitte folgendes Ah, so Haben wir hier Another missing person? Another missing person? Boans versuche Kontakt mit McKinnon aufzunehmen, blieben erfolglos 18.30 Uhr Die anfängliche Suche blieb erfolglos McKinnon konnte nicht in seiner Wohnung vorgefunden werden Bei McKinnon sind keine Fälle einer psychischen Erkrankung bekannt Gegenwärtige Annahme absichert dich Hier ist verschwinden 20.15 Uhr McKinnons Nachbarn behaupten, er habe das öfter das stillgelegte Sägewerk des Tappy East Creek Holzunternehmens in Black Hills Forest besucht Aha Es war klar, dass ich jetzt mal raus muss Könnte ich einfach das Auto nehmen Los, da ihr dich Es war nicht Zinspule 15 Ah, so Das ist ja Bordartsteuer und Zentralverriegelung Was haben wir denn bei 7? Frontscheinwerfer Was haben wir bei 5? Linkes Parklicht 4 Hier, rechtes Parklicht Also ich brauche auf jeden Fall eine 20 Ampere Sicherung Zigarettenanzünder 6 Die kann ich rausnehmen So, die können ich austauschen gegen die Ist es hell? Nee Das ist alles hell Nein, hört keiner Wow, jetzt ist es wieder hell Das ist ein absolut abgefuckter Entschuldigung Ich bin einig, das ist einig, das ist eine Ich bin einig, das ist einig, das ist einig Vielen Dank.